Birgit Gebhardt ist jetzt bei mir. Sie sind Trendforscherin, natürlich auch zum Thema Mobilität. Was sagen Sie, ist die Elektromobilität noch nicht reif für den deutschen Alltag oder ist Deutschland noch nicht reif für die Elektromobilität? Es sieht wahrscheinlich im Moment so aus, dass die deutsche Autoindustrie noch nicht, was die Langstrecken angeht, reif ist für die deutschen Autobahnen, was man anhand ihrer Beiträge eben sehen konnte. Wenn Sie das vergleichbar mit einem Tesla fahren, kommen Sie selbst bei 90 Stundenkilometer auf 500 Kilometer und das ist auch nachgewiesen worden in Tests auf deutschen Autobahnen. Also da sind wir tatsächlich im Hintertreffen. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass die deutsche Autoindustrie lange mehrgleisig gefahren ist hinsichtlich der ökologischen neuen Technologien und es gab sowohl Hybrid- als auch Elektro- als auch Brennstoffzelle und unter der Ökobilanz, wenn man es von Anfang bis Ende betrachtet, ist tatsächlich die Brennstoffzelle eigentlich das Nonplusultra und nicht die Batterie, auf die wir jetzt setzen. Also Sie sagen eigentlich, die Elektromobilität ist schon überholt? Naja, also von der ökologischen Herangehensweise und Betrachtung ist die Brennstoffzelle wesentlich besser. Ich glaube, und wenn man so schaut, wäre die Elektromobilität die Brückentechnologie, das heißt, sie bauen das Auto so um, dass sie nachher eine flache Brennstoffzelle, die ähnlich praktisch dann der Tank wäre, der jetzt die Batterie wäre für den Wasserstoff. Und ansonsten haben sie ein DIN A3-Blatt ungefähr so hoch, was die Brennstoff, was den Antrieb dann letzten Endes bedeutet. Das macht aber momentan jetzt keiner. Wir haben den großen Hype um die Elektromobilität. Die deutsche Regierung will bis 2020 eine Million Elektroautos auf deutsche Straßen bringen. Ist natürlich illusorisch trotzdem. Was könnte sie tun, damit es zumindest mehr in diese Richtung geht? Andere Länder sind da ja schon deutlich weiter. Ja, andere Länder sind praktisch mit ihren Subventionen teilweise weiter. Andere Länder sind aber auch mit ihrer Herstellung praktisch weiter. Ich denke, dass dieses ganze Thema deswegen so stark wird und es wird auch die Elektromobilität auf die Bahnen kommen in Deutschland, weil einfach Märkte wie China, Asien, die Massenmärkte, die haben die Technologie, die fordern das praktisch bei sich ein. Die können dirigieren, welche Antriebe dann bei ihnen ins Land zugelassen werden. Und deswegen muss die deutsche Autoindustrie Elektromobilität anbieten. Und deswegen werden wir es hier auch haben. Nun ist ja ein Elektroauto nur so umweltfreundlich wie der Strom, mit dem es fährt. Gibt es überhaupt genug grünen Strom für ganz viele E-Autos? Also mit anderen Worten, kann das E-Auto tatsächlich das Weltklima retten? Der grüne Strom ist, glaube ich, gar nicht so das Problem. Das wäre möglich. Der wird ja teilweise im Moment gedrosselt sogar. Es gibt Berechnungen von Heidelberg aus dem Institut, wonach praktisch immer noch ein Elektrofahrzeug in Deutschland, meinetwegen der Nissan, praktisch 106 Gramm Carbon emissiert. Deswegen, weil eben der Strom nicht nur aus regenerativen Energien im Moment in Deutschland kommt. Aber das kann man machen. Die Krux liegt eigentlich eher davor und danach. Die Krux liegt praktisch in der Batterieherstellung, die das bedeutet und danach, wie überhaupt recycelt werden kann. Das ist völlig ungelöst. Sie beschäftigen sich ja beruflich mit der Zukunft. Sie schauen in die Zukunft. Machen wir uns in 25 Jahren überhaupt noch Gedanken darüber, ob ich mir jetzt ein E-Auto anschaffe oder einen Benziner? Ich glaube schon, dass der Benziner abnehmen wird. Ich glaube auch nicht, dass der noch eine große Zukunft haben wird. Dazu sind wir emotional auch jetzt schon zu sehr auf dieser Idee, dass wir es toll finden, dass es keine Geräusche mehr gibt, dass wir es super finden, dass die Stadt emissionsfrei ist, dass ich wieder atmen richtig kann, ohne irgendwie Abgase zu riechen. Das sind Fortschritte, die wir spüren. Und das begeistert Menschen praktisch dann auf diese Zukunft auch zu setzen. Vielen Dank, Birgit Gebhardt, für Ihre Meinung zu diesem Thema. Und Vielen Dank, Birgit Gebhardt. Vielen Dank. Vielen Dank.